Wir haben es hier mit einem extrem anspruchsvollen Produkt zu tun. Beim Trocknungsprozess vom Buche neigt diese zur starken Wellenbildung wie auch Rissbildung. Diese hat in der Vergangenheit bei unserem alten Trockner zu Blockaden geführt und längeren Produktionsausfällen und dies war eigentlich der Grund, warum wir an Grenzebach getreten sind, um für diese Probleme gemeinsam eine Lösung auf den Weg zu bringen. Ein großes Thema für uns war die Effizienz der Anlage. Deswegen haben wir Ein- und Auslauf entsprechend abgekapselt, sodass der Kunde die komplette Kontrolle über das System und den Prozess hat. Das bedeutet, dass die Energieeffizienz entsprechend höher ist. Das spart dem Kunden Geld und reduziert natürlich die Emissionen in die Umwelt. Die Wellenbildung beim Buchenfurnier war eine besonders große Herausforderung. Wir haben das durch unser innovatives Sinus-System gelöst. Nach vielen Tests und Justagen konnten wir mit sehr guten Ergebnissen erzielen. Die Omega-Problematik, die im Grunde in nachfolgenden Prozessen zu Problemen und Störungen führt, haben wir damit verbieten. Wir haben uns für Grenzebach entschieden, weil die Firma Grenzebach sehr große Erfahrungen im Bereich der Furniertrocknung mitbringt. Es bedurfte natürlich einiger Testläufe, bevor das Optimum erreicht wurde. Aber das Trocknen von 3,55 Millimeter Buchenfurnieren ist auch nicht so einfach in den Griff zu bekommen. Das Know-how und der Service von Grenzebach haben uns in unserem Innovationsprozess unterstützt. Dies hat zur Folge, dass wir höhere Auslastung am Trockner fahren und durch die bessere Trockenfurnierqualität die Auslastung der nachfolgenden Produktionsschritte verbessert haben. Buchenfurnier